Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Hm, das ist ja toll. Auf dieser Insel kann Salz abgebaut werden. Aha. Die Insel hat reiche Marmorvorkommen. Verstehe. Weiter. Ein Edelsteinvorkommen wurde entdeckt. Naja. Und? Die Insel hat reiche Goldvorkommen. Was? Und wo? Ah, ich hab's gefunden. Euer Scout wird angegriffen. Ja, ich weiß. Jetzt lauf schon, du Idiot. Du willst mich verarschen. So nicht. Also dann. Wo ist mein Gold? Mal sehen. Bitte was? Bitte die Kurzversion. Ach was. Ich sehe, was ich tun kann. Du faules Schwein hättest Thorn niemals erwischt. Jaja, schon gut. Hier dein Schinken. Wo ist mein Gold? Ah. Das ist alles? Du bist ganz schön mutig. Aber ich kümmere mich drum. Ich kümmer mich drum.